Herzlich willkommen zu einem kurzen Erklärvideo über das Einbinden einzelner MOOC-Lektionen in Ihren Lehrveranstaltungs-Moodle-Kurs. Um einzelne Lektionen in Ihren Moodle-Kurs einzubinden, klicken Sie auf den ausgewählten MOOC und wählen Sie in der linken Leiste die Lektion aus, welche Sie einbinden möchten. Zu beachten gilt jedoch, dass manche MOOCs ein gezieltes Springen von einer ausgewählten Lektion erst erlauben, wenn die zuvor gezeigten Lektionen absolviert sind. Kopieren Sie nun den Link aus der Adressleiste. Gehen Sie im nächsten Schritt zu Ihrem Lehrveranstaltungs-Moodle-Kurs und klicken Sie auf Bearbeiten einschalten und Material oder Aktivität anlegen. Wählen Sie nun unter Arbeitsmaterial die Aktivität Link aus. Jetzt sollen Sie im ersten Feld dem Link einen Namen vergeben. In diesem Fall bietet es sich an, den MOOC-Namen sowie die ausgewählte Lektion einzugeben. Im nächsten Feld fügen Sie den Link der Lektion ein. Optional können Sie zum besseren Verständnis auch eine Beschreibung hinzufügen. Diese kann mit einem Klick im Moodle-Kurs angezeigt werden. Klicken Sie abschließend auf Speichern und Anzeigen. Sie sehen nun den eingebundenen Link in Ihrem Moodle-Kurs. Mit einem Klick auf den Link öffnet sich bei schon eingeloggtem Konto direkte Lektion. Klick auf den Link in Ihrem Moodle-Kurs. Klick auf den Link in Ihrem Moodle-Kurs. Klick auf den Link in Ihrem Moodle-Kurs.